Die Iconic T-Rex ist einer der schrecklichsten Predator aller Zeiten. Seine körperlichen Predator-Jaws haben über 60 schmerzende, schmerzende Teufel und Bight-Force, die genug ist, um ein Auto zu zerstören. Und das war der Species-Field-Guide von dem Tyrannosaurus Rex. Wir schauen ihn natürlich jetzt nochmal gemeinsam an. Der Iconic T-Rex. Da haben wir ihn. Das sieht wirklich richtig cool aus. Der Skin sieht mega nice aus. Diese Farben da drin, das finde ich richtig cool. Und der hat sich auch von dem Körper ein wenig verändert zum ersten Teil. Der ist viel bulliger geworden, finde ich. So eine coole Animation schon wieder. Kommt nochmal zurück. Ich finde das richtig schön, dass mittlerweile bei Jurassic World Evolution 2 so viel Wert darauf gelegt wird, dass die Dinosaurier lebendig wirken und dass so coole Animationen und sowas auch zwischen den Dinosauriern untereinander stattfinden. Das finde ich echt richtig toll. Wie im Film. Und das war schon der Species-Field-Guide von dem Tyrannosaurus Rex. Das Original-Video ist natürlich wieder unten in der Videobeschreibung verlinkt. Schaut da vorbei, lasst ein Like da. Ich wünsche euch jetzt noch einen angenehmen Tag. Macht's gut, haut rein. Euer Dandi. Schaut da vorbei.